Herzlich Willkommen zu einem neuen New Pokemon Snap Video. Und zwar wie ihr ein 4 Sterne Foto von Celebi schießen könnt. Das erreicht ihr indem ihr 4 Celebis auf einmal begegnet. Wie das ganze funktioniert seht ihr hier. Ihr müsst auf der Waldstrecke Level 2 erreicht haben. Danach fährt ihr die Strecke einfach ganz normal ab. Im letzten Abschnitt wird euch Celebi einfach so begegnen. Nun müsst ihr hier Celebi mit einer Kugel treffen. Dadurch teleportiert es sich weg. Nun müsst ihr hier unter dem Baum wo bereits Äpfel liegen einen weiteren oder mehrere hinwerfen. Dadurch erscheint Celebi wieder und teleportiert sich anschliessend wieder weg. Nun erscheint es hier links neben den Ruinern. Werft eine Kugel auf Celebi und eine auf die Kristallblume. Dadurch erscheinen drei weitere Celebi. Diese Szene gibt euch ein 4 Sterne Foto. Hier seht ihr noch dass ihr schnell alle Sterne Fotos von Celebi holen könnt. Ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.